Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Abo-Special. Ja, das ist mir jetzt nicht irgendwie unangenehm oder so. Ich bin einfach nur so rot, weil ich vergessen habe, Sonnencreme aufzutragen vorgestern. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, ich mache als Abo-Special das, was ich eigentlich schon lange vorhatte, meinen Zweitkanal. Und ja, jemand hat auch noch gefragt, ob ich ein Gewinnspiel machen würde. Da bin ich jetzt persönlich nicht so Fan davon, aber wir können gerne einen Wettbewerb machen, wo man was gewinnen kann. Also wo auch ihr wirklich was tun müsst, um was zu gewinnen und nicht einfach nur Glück haben. Ja, und alles zu diesem Wettbewerb findet ihr unten in der Beschreibung. Es gibt 20 Euro zu gewinnen, also in Form von Paysafe oder Paypal, je nachdem, wer halt dann gewinnt. Und die Auflesung des Gewinners kommt dann im nächsten Video. Oder im übernächsten, je nachdem. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Kanal-Trailer von meinem neuen Kanal. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet und ein Abo dalassen würdet. Und los geht's! Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Zweitkanal. Wie der Name schon sagt, werden euch hier Gaming-Videos erwarten. Ja, und hier mal ein paar Highlights von meinen ersten paar Videos. Viel Spaß! Peace! Sie boosten den einmal? Ja. It was at this moment that he knew. He fu- Oh, fu- Nein, das ist mein Medikit-Affe. Nein! Ey! Sorry. Licks. Coco-Ropa bis tiefer, ja! Hä? Ich bin rausgesprungen! Fuck! Alter, er hat mich überfahren. Und jetzt nimmt sie die Seilwinde und... Wuhu! Hä? Ey! Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst! Hat einen genocht. Durchs Fenster! Nein! Ja, Mann! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein... Bruh! Ja, Mann! Im Haus! Im Haus, ja... Oh! Oh mein Gott! Ich hab'n Messerkill gemacht! Ich wollte eine Granate werfen! Ja! Ja! Wer bliebt denn da? Das Spiel, du... Aus Schauposte! Oh! 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 Geil, geil! Und! Ich wurde gerade von einer Pflanze da runtergeschubst. Äh! Waa! Haha! Ja, geil, Alter! Oh! Oh! Yo, das war jetzt ein bisschen ein kurzer Kanal-Trailer, weil ich halt noch nicht so viel Videomaterial hab. Ja, aber wie ihr gesehen habt, werden euch verschiedene Arten... ...videos erwarten, zum Teil aktuelle Spiele und zum Teil aber auch ein bisschen ältere Spiele und ja, ich hab' mir auch ne VR-Brille bestellt und wenn die endlich mal ankommt, dann werden auch VR-Videos kommen und ich denke, das wird auf jeden Fall witzig. Ja, das würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Peace! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017